Und go. Boah, ich sehe ein Tainted Chew, das auf uns zukommen. Aber Tainted Chew, das gibt es nicht so oft. Also dieses Mal nicht radrig. Okay, gucken wir mal, wo es hingeht. Oh, wir haben schon alles. Okay, dann würde ich sagen, Time Attack plus Die böse Seite. Alles in einem Rush, oder? Das ist das Ziel. Tainted Chew, das zu Boss Rush Rush Lamp Let's go. Let's go. Hey. Oh, es fängt schon mal viel zu lahm an. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Es fängt schon mal viel zu lahm an. Das dauert zu lange. Das ist ein Vierer-Item? Warum? 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 Das ist ein Vierer-Item? Warum? Ich will mich verarschen. Warum nicht? Ja, weil es eigentlich ein Kack-Item ist. Oh, shit. Der hat noch überlebt. Der hat überlebt. Oh, was ist denn mit der Range los? Oh, shit. Was macht denn das? Was ist denn die Emperor, die Reverse Emperor? Extra Boss-Room with extra Loot. Okay, let's go. Oh, shit. Oh, shit. Ja, komm raus, komm raus. Yes! Instant-Kill. Oh, ja. Ihn kann man schön geil staggern, ne? Das war dumm. Nice. Pyromaniac und BFF und das Ding rasiert Boss-Room. Ja, gut. Dazu brauchst du aber auch erstmal Pyromaniac, ne? Ich weiß schon, das ist schon gut, aber ich komm halt vom Streaken. Ja, und beim Streaken nimmst du das halt nie mit, weil du in manche Räume reinkommst. Ähm. Weil du einfach in manche Räume reinkommst und das Problem hast, dass in diesen Räumen... Ah, das dauert jetzt ein bisschen länger hier, shit. Aber wir müssen es machen. Ähm. Weil du das Problem hast, dass in diesen Räumen, dass es direkt explodiert und du einfach kaputt gehst. Wenn du nur einen HP-Start hast oder sowas. Oder mal zwischendurch low-dropst, so wie jetzt. Und dann ist deine Streak halt in Gefahr. Deswegen nehm ich den halt normalerweise nie mit. Jetzt natürlich schon. Ah, ja. Bisschen Risiko, muss sein. Kriege ich noch irgendwo her? Ah, Münzen. Ne, ne? War nix mehr mit Münzen. Ich sehe es leider nicht. Boah, schon fünf Minuten. Okay, Gas. Vielleicht. Okay. Ja, ich kann mir leider kein Damage machen. Aber nicht schlecht. Ich hätte gern noch das eine... Ach, ist halt nix. Außer hier droppen Fünfer. Nein. Okay, let's go. Ein AP kann schnell vorbei sein. Unter Druck. Mit Dark Arts geht schnell, ne? Äh, ja komm, mach ich direkt. Zack, egal. Mal. Ich muss es machen, damit vielleicht mein Herz droppt, ne? Ich... Auch wenn es jetzt ein bisschen länger dauert, muss ich halt danach mir Gas geben. Okay. 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 Genau das. Äh, äh, äh. Was heißt das von Chokletmilch mit Terra? Was ist Terra? Ist das, wo dir die, wo dir die, ähm... Wo du die, die Steine wirfst? Wenn das das ist, geil. Oh, shit. Alter. Ja. Dem Angelhaufen. Ja, klar. Ich mein, das sind halt so ultra sicke Kombis, ne? Warum hab ich denn eigentlich schon wieder... Warum hab ich denn schon wieder Curse of the Lost? Das nervt mich jetzt schon wieder. Oh, fast gestorben. Ja. Ja. Der Cricket's buddy ist auch selten geworden, ne? Alter, wie ich hier rumflitze. Ich werd doch mal ein HP, Mann. Lul. Ja. Ja. Ist klar. Ja. Ist klar. Kinnas. Echt? Kinnas. Echt? Danke. Korspill. Ah, das ist die kleine Horsepill gewesen. Hm. Okay, let's go. Ich soll jetzt ein bisschen rasieren hier. Sorry, wenn ich dann zu viel quatsche. Ich muss hier ein bisschen mitdenken, ne? Ich habe überlebt. Why? Why? Wie immer? Wie immer? Wie immer, wenn man HP braucht. Gut. 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 Das war's für heute. Könnte vielleicht doch noch was werden mit HiveMind. Ich habe ihn mit HiveMind, aber ich habe ihn mit HiveMind. Oder auch nicht. Oh, komm schon, irgendwo. Okay, ich mache eh noch den Boss, ne? Kleiner Raum, ganz, ganz fies. Oh, do this. In diesem kleinen Raum hier, das nervt mich. Okay, okay. Jetzt reicht es auch mit dem Geld. Ist ja gut, ist ja gut. Ist schon ein geiler Char, ne? Der macht schon viel Spaß. Der geht halt straight forwards, der ist ja super. Der macht mir schon Spaß. Am Herzen jetzt. Danke. Wichtig. Oh, Mann. 庚, Mann. Oh. 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 Okay. Und was das? Ja, ne, kaum scheiß drauf. Nice. Too creepy. Oh, Gott. Klaro. Okay. Ich hab mir überlegt, Dark Bump zu nehmen, aber... Zehn Minuten, Cave's 1. Okay, let's go. Zeitdruck. Geht nix mehr. I don't wanna go. I don't wanna go. Okay, how are you? Okay, I'm gonna go. Okay, I'm gonna go. I don't wanna go. I don't wanna go. Es wird eng. Normalerweise gerne, aber Oh, Quad-Shot. Abwarten. Danke, geil. Danke. 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 Technologie. Technologie. Ich glaube nicht. Neh. 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 Okay, er ist kacke. Er ist richtig kacke mit dem, was ich habe. Wenigstens kann ich mir hier schön Schaden machen. So, jetzt noch was Schönes absnacken. Okay, Flight ist okay. Flight ist okay. So, wie viel Zeit haben wir noch? Ah, ganz wenig. So. Amage! Wo ist der Damage? Kann sein, dass ich kein Damage abkassiert habe? Oh, fuck. Oh, negative, mein Schmitt name. Oh, Gott. Okay, das wird nix, Leute. Ich probiere es aber trotzdem. Es wird zumindest nichts mehr mit Harsch, weil das dauert jetzt zu lange. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Das war's für heute. 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 Wird der mich denn getroffen? Ich werde ihn ganz kurz Pipi machen.